In vertrautem Kreise saßen wir herum, auf diskrete Weise klatschten wir uns dumm. Wir saßen stumm um uns herum und quatschten dumm und tratschten rum, ach, wir tratschten rum, ach, wir tratschten rum. Es versetzt mich in Erregung, wie man damals sich verstand, wie durch eine Handbewegung, jeder war entlarvt erkannt, entlarvt erkannt, entlarvt erkannt. Ach, jeder war entlarvt erkannt, jeder war entlarvt erkannt, ach, wer nicht zu uns gehörte, ach, den ließen wir nicht ran. Ach, der arme Mann, er kam nicht ran, er kam nicht ran, der arme Mann, ach, der arme Mann, ach, der arme Mann. Ach, man bewarf ihn mit Sottisen, war ihm gar nichts ausbewiesen, ach, man machte sich nichts draus, schon war es mit ihm aus. Schon war es mit ihm aus. Aus, aus, ach, der Schaf war schon gebrochen, ehe der Mann ein Wort gesprochen, ein Augenzwinkern. Ach, der arme Mann, der arme Mann, der arme Mann, der arme Mann, ach, der arme Mann, ach, der arme Mann. Heute, wie gemein, sind wir aus der Mode, unsere Hekelein ruhen in der Kommode. Wir langweilen uns zu Tode, was wird mit uns sein? Nein, 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 es ist vorbei, mit uns vorbei, die Klatscherei, die Klatscherei, ach, die Klatscherei, ach, die Tratscherei, es ist vorbei, es ist vorbei. Untertitelung des ZDF, 2020